Kuriose Experimente. Kennt ihr schon Gallium? Das ist ein Metall, welches schon bei 29,76 Grad schmilzt. Wenn es flüssig ist, kann man es sogar in die Hand nehmen. Das ist ja verrückt. Oh. Aber Achtung, denn Gallium ist auch reizend für die Haut. Das heißt, eigentlich sollte man keinen direkten Hautkontakt haben und wenn er dann stattgefunden hat, dann sollte man sich auf jeden Fall gründlich die Hände waschen. Like und folgt hechtastisch und mir.